1-2-1 von Cristiano Ronaldo Das Kader ist jung und kann mit Allegri als Coach weiter wachsen, sagte Agnelli und stellte klar, die Champions League bleibt unser Ziel, Allegri 51, der seit 2014 bei den Bianconeri arbeitet, gab sich ähnlich kämpferisch. Ich bleibe, weil es noch viel Arbeit gibt, sagte er, hätte ich keine Motivation mehr, hätte ich längst den Klub gewechselt. Das ist nicht so, der ZN gratis testen und die Champions League live. Er hat uns in dieser Saison viel geholfen, sagte Allegri, wir haben ihn unter Vertrag genommen, um unsere Erfolgschancen in der Champions League zu steigern, aber Fußball ist keine Mathematik, jetzt aktuelle Fanartikel der internationalen Top-Clubs bestellen. Hier geht's zum Shop, Anzeige Das Scheitern von Juventus machte sich derweil auch an der Börse bemerkbar, der Wert der Klubaktie fiel am Mittwochmorgen zwischenzeitlich um satte 25% und wurde mit 1,32 Euro notiert. Später erholte sich das Wertpapier. Die Juve-Anteilscheine waren am 27. Dezember in den Kreis der 40 wichtigsten börsennotierten Unternehmen aufgenommen worden. Seit dem Wechsel von Superstar Ronaldo zum Turiner Klub im Juli vergangenen Jahres hatte die Juve-Aktie monatelang kräftig zugelegt. Die Ajax-Aktie an der Amsterdamer Börse konnte sich dagegen über einen Kursanstieg von 10% auf 18,85 Euro freuen. Let's block its way